Gute Morgen, Gute Nacht, Bonjour, Bon Charno, Good morning, ladies and gentlemen, to the infernal race in Gysica. Three, two, one, all goals, feel good! Three, two, one, all goals, feel good! Four, two, one, all goals, feel good! Und hier ist und kommt ihr Elantelon von Böbel! Sieben Jahre 2016, wo wir von Elantelon von Böbel haben! Die Welt ist die Gütze und die Gütze! Danke sehr! Für die Sims mit der Startnummer 2, jetzt auch kurzum vorderan, Karl Jakob! Mit der Startnummer 2 Karl Jakob ist da! Dann mit der 214! Kabel! Einmaler Paolo Poty Späger! Mit der 191! Glückwunsch! Geil! Nummer 3! Freuen wir uns jetzt auf unseren nächsten, und zwar Kretel Freutmann. Kretel und Dach, freuen wir uns. Kretel Freutmann 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 Ich stehe, oh ja! Ein riesiger Vorsprung! Ein riesiger Vorsprung, Jan! Ja, du kannst es locker nehmen. Kein Risiko. Etwas zu essen? Schön! Was? Ja, super! Wir laufen durch die Möcke, es sind 12 Stafetten, die in die Führung fallen. Ja, klar! Kannst du ihm das geben, da? Letztes war Skylady. Skyhose hatte da mal einen Staffel. Er wollte fahren. Ja, der ist durch. Den hat man im Dumpi ausgeklärt. Ah, hast du schon erwartet? Ja, das habe ich geissen. Heiach! Heiach! Vielen Dank! Ich hab ihn noch nicht gesehen. Ich hab ihn noch nicht gesehen, ... aber dann kann man ihn nur machen. Aber dann würde ich noch nicht mehr machen. D ape, ich bin so nicht. Tü Pfff, ich kann dich nicht mehr. D da, es ist ganz gut. Bis zum nächsten Mal. 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 Ja. Bis zum nächsten Mal. Gratulation. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.